Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Kraftstoffdossiersteuerung der Einspritzpumpe B-Bereich Leistung, Nockenrotoreinspritzventil. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangmotordiagnose kann normalerweise für alle mit Diesel betriebenen OBDI-Motoren, zum Beispiel Ford, Chevy, GMC, Ram und so weiter gelten, wird jedoch in bestimmten Fahrzeugen von Mercedes-Benz und VW häufiger angezeigt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Der Steuerkreis B für die Einspritzpumpendosierung befindet sich normalerweise innerhalb an der Seite der Einspritzpumpe, die mit dem Motor verschraubt ist. Der Steuerkreis B für die Einspritzpumpendosierung besteht normalerweise aus einem Kraftstoffrackpositionssensor FRP und einem Kraftstoffmengenaktuator. Der FRP-Sensor wandelt die vom Kraftstoffmengenaktuator an die Einspritzdüsen gelieferte Dieselkraftstoffmenge in ein elektrisches Signal für das Antriebsstrangsteuermodul PCM. Um, das PCM empfängt dieses Spannungssignal, um zu bestimmen, wie viel Kraftstoff es basierend auf den Motorbetriebsbedingungen in den Motor einfüllt, dieser Code wird gesetzt, wenn dieser Eingang nicht einmal für eine Sekunde den normalen Motorbetriebsbedingungen entspricht, die im PCM-Speicher gespeichert sind, wie dieser Diagnosefehlercode zeigt. Außerdem wird das Spannungssignal vom FRP-Sensor überprüft, um festzustellen, ob es beim ersten Einschalten der Taste korrekt ist. Der Code P0257 Kraftstoffdossiersteuerung für Einspritzpumpe B-Bereich Leistung Nockenrotoreinspritzventil wurde möglicherweise aufgrund mechanischer, normalerweise mechanische Probleme des EVAP-Systems oder elektrischer Probleme FRP-Sensorkreis eingestellt. Diese können in der Fehlerbehebungsphase nicht übersehen werden, insbesondere wenn es sich um ein zeitweise auftretendes Problem handelt. Beziehen Sie sich auf ein fahrzeugspezifisches Reparaturhandbuch, um festzustellen, welcher Teil B der Schaltung für Ihre spezielle Anwendung ist. Die Schritte zur Fehlerbehebung können je nach Hersteller, Typ des FRP-Sensors und Kabelfarben variieren. Was ist der Schweregrad dieses DTC? Der Schweregrad hängt vom Fehler ab, wenn ein mechanischer Fehler vorliegt. Schwer, wenn ein elektrischer Fehler nicht so schwerwiegend ist, wie das PCM ihn angemessen kompensieren kann. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0257-Fehlercodes können gehören, Störung der Störungsanzeigelampe, Miel, Kraftstoffverbrauch senken. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P0257-Code können sein, Unterbrechung im Signalstromkreis zum FRP-Sensor, möglich Kurzschluss zur Spannung im Signalstromkreis zum FRP-Sensor, möglich Kurzschluss nach Masse im Signalstromkreis zum FRP-Sensor, möglich Unterbrechung an Strom oder Masse am FRP-Sensor, möglich FRP-Sensor ausgefallen, wahrscheinlich PCM fehlgeschlagen, Unwahrscheinlich was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0257? Ein guter Ausgangspunkt ist immer die Überprüfung der Technischen Service Bulltanks, TSB, für Ihr Fahrzeug. Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen. Suchen Sie als nächstes den FRP-Sensor an Ihrem Fahrzeug, dieser Sensor befindet sich normalerweise innerhalb an der Seite der Einspritzpumpe, die mit dem Motor verschraubt ist, überprüfen Sie nach dem Auffinden den Stecker und die Verkabelung visuell, suchen Sie nach Kratzern, Reiben, blanken Drähten, Brandflecken oder geschmolzenem Kunststoff, Ziehen Sie den Stecker auseinander und überprüfen Sie sorgfältig die Klemmen, die Metallteile, im Stecker, überprüfen Sie, ob sie verbrannt aussehen oder einen grünen Farbton aufweisen, der auf Korrosion hinweist, Verwenden Sie einen elektrischen Kontaktreiniger und eine Kunststoffbürste, wenn die Klemmen gereinigt werden müssen, trocknen lassen und an der Stelle, an der sich die Klemmen berühren, elektrisches Fett auftragen, Wenn Sie einen Diagnosetester haben, löschen Sie die Diagnosefehlercodes aus dem Speicher und prüfen Sie, ob der P0257-Code zurückgegeben wird, wenn dies nicht der Fall ist, waren die Verbindungen höchstwahrscheinlich Ihr Problem, Wenn der P0257-Code zurückkehrt, müssen wir den FRP-Sensor und die zugehörigen Schaltkreise testen, ziehen Sie bei ausgeschaltetem Schlüssel den elektrischen Stecker am FRP-Sensor ab, Schließen Sie ein schwarzes Kabel des digitalen Voltmeters an die Erdungsklemme am Kabelbaumstecker des FRP-Sensors an, das rote Kabel des digitalen Voltmeters an die Stromklemme am Kabelbaumstecker des FRP-Sensors anschließen, Motor einschalten, überprüfen Sie die Angaben des Herstellers, das Voltmeter sollte entweder 12 Volt oder 5 Volt anzeigen, Wenn nicht, reparieren Sie das Strom- oder Erdungskabel oder ersetzen Sie das PCM Wenn der vorherige Test bestanden wurde, müssen wir das Signalkabel testen, bewegen Sie bei noch nicht angeschlossenem Stecker die rote Leitung des Voltmeters von der Stromkabelklemme zur Signalkabelklemme, das Voltmeter sollte jetzt 5 Volt anzeigen, Wenn nicht, reparieren Sie das Signalkabel oder ersetzen Sie das PCM Wenn alle vorherigen Tests bestanden wurden und Sie weiterhin einen P0257 erhalten, würde dies höchstwahrscheinlich auf einen ausgefallenen FRP-Sensor Kraftstoffmengenaktuator hinweisen, obwohl ein ausgefallenes PCM nicht ausgeschlossen werden konnte, bis der FRP-Sensor Kraftstoffmengenaktuator ersetzt wurde, wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen ausgebildeten Kraftsdiagnostiker, PCMs müssen auf das Fahrzeug programmiert oder kalibriert sein, um korrekt installiert zu werden